guten morgen herzlich willkommen heute zu einer runde lethal company ihr hört es wahrscheinlich schon ein bisschen ich bin ein klein wenig erkältet da bitte ich um entschuldigung ein leicht rauen hals aber wir werden jetzt sofort gleich in das game auch schon starten so wir sind leute die bei der company angestellt sind haben drei tage zeit drei tage deadline welcome to your first day on the job this is your very own autopilot ship where you will eat and sleep for the duration of your contract you will want to check the instruction manual and sign into your ship's computer terminal we trust you will be a great asset to the company you will be a great asset to the company great great asset to the company back in sound yeah your life is in good hands for the job use the terminal read the manual watch the clock stick together gut alleine und don't miss the quota hier oben ist unsere quota wir müssen 130 erreichen wenn wir das nicht schaffen innerhalb von drei tagen das zu plündern und wieder zum hauquartier zurückzukommen fürchte ich sagt die firma wir sind nicht nützlich genug und wir werden ins weltall geworfen so happy wednesday so bludet bludet rainy clips foggy foggy Hmm. Das heißt, wir können nur die ersten drei. Ach, wir sind schon da. Okay. Na dann, wollen wir doch mal. Warten für die Crew ist gut. Ich bin alleine. Allein daheim. Celestial Body. Abandoned. Okay. Fossert Level B. 2 Uhr. Die Sonne scheint. So. Profit kriegen wir, indem wir Schrottteile finden. Dann wollen wir doch mal gucken, ob wir hier in der alten... Ja, Main Entrance. Rechtsliebe kann man scannen. Main Entrance. Irgendwo Schrott finden. Was war das? Dachtest du, das hier ist verlassen? Okay. Ich hab irgendwas gehört, was mir gar nicht gefällt. Okay, Schrott. Okay. Schrott. Noch mehr Schrott. Was war das? Oh, ich hab Angst. Up, up, up. Up, up, up. Up, 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 up. Up, 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 up. Up, 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 up. 91. so kuckuck was ok oh mein gott was war das für ein ekelhafter wurm ist das ein netter vogel sein antico die großen teile passen leider nicht in den schrank das spiel auch mal einmal kurz vorher gespielt um zu gucken wie die steuerung ist aber damit habe ich jetzt nicht gerechnet wir werden nicht mehr bezahlt wie oft werde ich in diesem video wohl himmel sagen 94 ich brauche 130 es hilft alles nix nein da alle ab bitte jetzt kein rosa wurm bitte kein rosa wurm ist auch gar nicht wurde abgeblieben ich bin vielleicht zermatscht als ich ihm auf den kopf gesprungen bin hier ist nix auch nichts geht es nicht weiter da geht es nicht weiter geht es auch nicht weiter da ist auch zu auch zugemauert nichts nada nothing auch schön nein nein wir haben ja noch drei teile da müssen wir jetzt ja nicht in einen raum gehen wo wir nix sehen und geräusche rauskommen wie wo sich einer bewegt was werden die verkabelungen denn gemacht ich frage mich das ist auch ein gebäude das ist auch ein gebäude nichts was ich mitnehmen könnte dann fliegen wir mal einen anderen part von dem planeten an dann drei tage so schleiz warum ist der schalter so weit unten oder die die okay im 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 was wir heute finden wäre schon schöne wenn die sachen uns auch rausgetragen werden oh es ist etwas heller ein komischer leerer raum ok ach so es war nur ein slime ok ich höre irgendwas aber ich weiß nicht ob mir das gefällt was ich höre anemina Okay, ich würde sagen, das Schleimdingen will mich. Ich kann ja nicht meine Tür zumachen. Okay, Hände voll. Fuck. Ich kann gar nicht, dass die Boden irgendwo rumliegen. Entschuldige, dass ich dich erschreckt habe, Manty. Schleimdingensvogel. 117! Kidoki. So ein bisschen den Eindruck, dass der Schleim nicht kuscheln möchte. Ich habe auch gerade gesehen, dass da was im Hintergrund von der Decke kam. Okay, der Schleim blockiert jetzt allerdings hier den Eingang. Das von hier kann ich nicht brüllen. Mal gucken, wo wir hier hinkommen. Nein! Ich mach nur nein. Ah, ah! Ah, ah! Nop! Okay! Ah, ah! Einen Tag haben wir noch. Das wird ganz schön knapp, aber nope. 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 Das wird den Eingang. Das wird den absoluten noob. Das war's. Gott, was bin ich schlecht. Na gut, einen Tag hab ich ja noch. Na, einen Tag hab ich noch. Einen Tag. Schön. Nebel, wo man die Hand vor Augen nicht sieht. Schön. Was sind... Ich seh nicht mal. Was sind hier die Wand? Ah, da ist die Wand. Ich sag's euch, der Spielstand ist verflucht. Ich brauch nur ein bisschen was. Ich brauch nur ein bisschen was. Ich sag's euch, der Spielstand ist. Oh, schön. Auch dunkel. Das Spiel hasst mich heute. Oh, ein Engine. Ich brauch noch irgendwas kleines. Aber ein Schlüssel würde reichen. Okay. 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 Vielen Dank. Was ist das? 180! Auf zum Verkauf! 1. 2. 3. 5. 6. Wir müssen zu the building is on farm. Enjoy your flight. Und landen. Okay. 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 Kaufen wir mal. Ist doch hier, oder? Ja. Na? Muss ich das hier auch rausschmeißen, so? Yes. Muss ich mal da hochklettern? Okay. Cell? Äh, wie kann ich jetzt klingeln? Wow! Okay, klingeln nicht nötig, klingeln nicht nötig. Wir haben die Quote erfüllt. Weißt du, sie ziehen uns jetzt 130 ab von den 174? Yay, border reached! Oh, ähm, okay! Was? Ach! Seit wann schreibt man Moons auch mit Doppel-N? Was ist Wow? Schauen wir uns doch mal Wow an. So, landen. So, landen. Wow is indeed wow. Competitive Ecosystem? Oh, noes. Es ist ein Gebäude, ist es das? Wir müssen. Competitive Ecosystem heißt doch meistens, dass da Fieker sind, die ein Essen wollen, oder? Ah, fängt schon gut an. So, da gibt's drei eigentlich. Nothing? Und lockt. Okay. Und ich habe alle Schlüssel natürlich verkauft, ich Esel. Nein, da ist was von der Decke runter und er hat mir's den Nick gebrochen. Ach, sehr schade. Ich würde an der Stelle euch einen wunderschönen Tag wünschen. Ich würde an der Stelle euch einen wunderschönen Tag wünschen. Untertitelung des ZDF, 2020